Ihm gebührt heute alles an Ruhe und Ehre. Warum das so ist, da guckt euch einfach mal die Folge an. Aber bevor wir jetzt wirklich zu ihm kommen, muss er nochmal ran hier. Er muss einfach nochmal ran gegen diese Base hier. Ihr seht das hier, ich habe die Event-Truppen und natürlich erstmal ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans. Und ich bin so ein bisschen außer Atem, aber ich habe eine coole Armee dabei. Ihr seht das, die Event-Armee. Und wir schauen mal, wie wir was machen können, bevor wir hier irgendwelche roten Truppen setzen. Also wir nehmen hier die Golems rein und die Karre hier mittig, denn die Karre wird jetzt schön geschützt von den Golems. Ich habe noch ein paar Mauerbrecher dabei. Ich weiß gar nicht, warum ich hier Mauerbrecher dabei habe. Die Bowler müssen hier jetzt mal ein bisschen Trouble machen. Und jetzt schicken wir hier schon mal unseren Dicken auf die Reise. Ja, keine Frage. Worten hinterher. Maschine geht schon mal ganz, ja, die geht schon mal ganz, ganz nett durch hier. Oh, da sind die Loons im Strudel. Okay, da sind die Loons hier im Strudel. Ah, die können auch hier nicht mehr so wirklich viel ausrichten. Meine ganzen, ah, jetzt habe ich genau ihn hier vergessen. Das ist aber nicht so schlimm, denn wir wollen uns den Inferno hier schnappen. Holen uns noch den Tesla hier. Das Dunkle ist auch unser. Passt alles. Alles im grünen Bereich hier. Das Einzige, was nicht im grünen Bereich ist, ist dieser Emulator hier. Okay, dann gehen wir mal von hier mit unseren Loons schon mal rein. Die fangen jetzt schon mal so ein ganz kleines bisschen hier ab. Und dann setzen wir hier unsere Loon-Reise weiter fort. Hier sollen die sich mal so ein bisschen bewegen, würde ich mal so sagen. Ich weiß nicht genau, was ich hier jetzt im Moment noch an Eilzaubern und, ah, nee, an Loons habe ich. Ah, ich habe noch zwei Loons. Ich habe noch zwei Loons hier. Das ist nicht schlecht. Dann nehmen wir mal hier so ein bisschen was in Heilung. Hier nochmal einen Wut gesetzt. Komm, und jetzt, ah, nee, den Eil. Na, komm, den Wut noch. Komm, 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 komm. Jawohl, der Wut hat noch gepasst. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo die hinfliegen. Die fliegen nach innen. Na, komm. Ah, schade. Okay, das ist aber nicht ganz so schlimm, denn wir holen hier trotzdem, ja, wir holen hier trotzdem einiges an Loot. Also der Dicke hat uns hier nochmal, ich will nicht sagen, den Arsch gerettet, denn ich habe ihn vergessen. Mal wieder. Ich habe den Dicken mal wieder vergessen. Dann ist es aber nicht so schlimm, denn hier unten holen wir uns jetzt noch das restliche, oder so ein bisschen an Gold. Ah, hier sind jetzt noch so ein paar, so ein paar Welpen dabei. Oh, na, komm, 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 komm. Ah, so ein bisschen geht ja noch. So ein bisschen geht ja noch. Ist nicht ganz so schlimm, der Angriff hier. Und ihr seht das hier, oh, es ist fürchterlich kalt geworden. Deswegen habe ich meine Pracht mal ein wenig geschützt oder geschützt, denn es ist draußen ja schon wirklich unangenehm erfrischend. So will ich es mal sagen. Also viele sagen immer, es ist kalt. Nein, es ist nicht kalt, es ist kühl. Aber es ist so nasskalt. Das mag ich überhaupt nicht, diese Nasskälte. Also ich mag es lieber mit minus 10 Grad und so eine richtig trockene Kälte, als du hast es so um 4, 3, 4, 5 Grad und dann hast du diese Nässe. Ist ganz gut gemacht hier. Zwei Sterne, äh, ein Stern. Aber der Bonus ist ganz nett. Knappe 600.000, glaube ich. Gold, oh, wir haben den, wir haben nochmal den 3 Sterne Bonus hier reingeholt, 216.000. Jetzt, jetzt, jetzt gucke ich mal, ob ihm auch immer noch Ruhm und Ehre gebührt. Also, warum gebührt eigentlich ihm hier, den Dicken, der jetzt auf seiner Platte liegt, heute alles Ruhm und Ehre? Das kann ich euch in kurzen und knappen Sätzen erzählen. Also er ist immer, er ist immer einer, der die Base bewacht. Er bewacht immer die Base, sofern er nicht am Leveln war, hat er natürlich immer die Base bewacht und bald ist auch mein Bart so weiß wie seiner. Er ist immer der, der auch gerne mal einen mit mir heben geht, also mal richtig so auf die, auf die Kante klopft. Und er ist aber auch, der ist mit mir die ganze Zeit durch dick und dünn gegangen, das kommt noch dazu. Immer dabei, immer, immer an vorderster Front, der hat getankt, der hat Schaden gemacht. Und, ähm, also ich mag ihn einfach, es ist einfach, er ist einfach der King. Ja, er hat, ähm, er hat auch einfach, ähm, ja, wie soll man sagen, er hat sich gegen alles gestellt, was da kam. Also ich würde sagen, er ist hier der Hashtag Ehrenmann. Er ist eigentlich der Hashtag Ehrenmann. Nicht ich, nicht die Queen, nicht der Warden, nein, er ist es hier. Und, ähm, ich würde sagen, ähm, wie heißt es immer so schön, ähm, eigentlich heißt der Ersatz anders, aber Gott saves the King. Ich würde sagen, er geht heute mal einen Level hoch. Ich weiß, ich habe das Dunkle noch nicht ganz zusammen. Aber, wenn ich mir aus dem, aus der Treasure hier, hier jetzt alles raushole, dann sollten wir eigentlich genug haben für den letzten Warden Level, äh, für den letzten Warden Level, für den letzten King Level. Ähm, 227.000 brauchen wir, 230.000 haben wir. Ich muss jetzt gnadenlos nachfahren gleich, weil ich muss noch meinen CK-Angriff machen hier. Aber dennoch, ich glaube, ihm, ihm gebührt einfach heute mal die Ruhm und Ehre. Sieben Tage ist er jetzt dabei. Nein, wir hauen die Gems hier raus und wir haben alle drei Helden jetzt maxed. Ähm, ich ziehe meinen Hut vor dem Dicken hier und auch vor dieser Serie Clash of Clans hier, ähm, aus dem Dorf, aus meinem Rathaus, nach, aus meinem Rathaus 12er Dorf. Denn eigentlich liegt er natürlich nicht da, sondern er liegt natürlich hier. Und, äh, so haben wir jetzt alle drei Helden hier auf Max Level. Wow, ah, ich bin echt stolz und, äh, die, die 999 Gems, die tat mir jetzt nicht wirklich weh. Ihr habt das gesehen, ich habe mir ja letztens schon gegammt mit so knapp 700 waren es da. Und, ähm, hab aber 400 durch das Event wieder reingekriegt. Also, ähm, warum soll ich nicht mal die Gems hier raushauen, wenn es nicht gerade für so einen Superhelden ist wie dem King hier. Ähm, ich freue mich wirklich. Ähm, das heißt für mich jetzt natürlich der RCK, egal wo ich bin. Ob das jetzt hier im Clan ist oder bei euch, das weiß ich noch nicht. Aber, ähm, schönes Ding hier, also, wir müssen jetzt hart, echt hart nachfarmen. Deswegen schmeiße ich jetzt auch mal so einen Trunk hier ein. Da habe ich ja noch ein paar. Und, ähm, ich würde sagen, wir machen in jedem Fall noch einen zweiten Farmangriff mit dieser komischen Armee hier, mit der ich gerade zwar nur einen Stern geholt habe, aber für das Event reicht's. Und, äh, ja, sehen wir uns einfach gleich wieder. Okay, da ist er. Alle Lager außen, aber ich habe trotzdem eine, eine coole Truppe am Start. Ich gucke mal, wie wir das hier jetzt am besten machen können. Ähm, dicke, oder wie ihr seht das hier, ah, das ist ein Bild. Alle drei Helden auf Max-Level. Mein eigenes Luftschiff auf Max-Level. Also, ich bin, ich bin sehr, sehr gut zufrieden, muss ich sagen. Das kann ich euch auch, das kann ich euch auch sagen, dass ich, ähm, richtig gut zufrieden bin, was die Level-Level-Reihe hier von mir eigentlich angeht. Und, ähm, wir schauen mal, dass hier so ein bisschen was in die Base reingeht, um hier vielleicht die beiden, ähm, die beiden, äh, wie heißt es jetzt, ähm, die beiden Luftabwehren hier zu schaffen. Mal sehen. Ich habe hier zwar nicht, nicht King und Queen richtig, richtig in die Mitte reingekriegt, aber das ist jetzt mal nicht ganz so schlimm. Ich gucke mal, dass ich hier jetzt mal eben, einmal eben friese. Und, ähm, den Dicken nehmen wir hier jetzt mal in Schutz. Mal sehen, die Queen müsste jetzt eigentlich hier hinten Luftabwehr schaffen. Ähm, na, die stören mich jetzt mal gar nicht, die, die Riesen da. Mal sehen, ob die jetzt, ah, die geht nicht auf den Adler. Okay, aber packen wir die eine Luftabwehr hier noch. Das wäre natürlich wirklich super, denn, ähm, es kommt ja jetzt noch mein, mein zweiter Part hier. Ja, es kommt noch mein zweiter Part hier über diese Ecke. Ähm, und, äh, der, der, der muss ja auch noch irgendwas werden. Gucken wir mal, wie wir das hier machen. Ich muss hier die King, die Queen so ein bisschen heftig, heftig mal ein Gift nehmen. Einmal hier das Ding gezündet, die gehen jetzt nach da. Ah, der, ah, der, der Feger, der Feger und ich kriege, ich meine, das Rathaus muss ich eh nicht haben. Ihr wisst das, das Rathaus muss ich nicht haben. Aber ich habe hier, ich habe hier super wenig, ich habe hier super wenig Clean-Up. Eieiei, alter, ist das laut draußen. Wartet mal. Es ist hier sowas von, von super wenig gerade. Ich meine, ich muss das Rathaus nicht haben, aber ich habe immerhin den, den einen Stern hier bekommen. Das reicht mir vollkommen hier. Ähm, was das Farm angeht. Ich habe, ich habe Guste eine Sekunde vorher noch mit meinem Rathaus 10er angegriffen und habe jetzt gedacht, boah, den musst du mitnehmen. Guckt euch das mal an, was ich hier jetzt gerade da gelassen habe. Vielleicht sollte ich mal wieder zu Kobolden greifen. Ich meine, ich habe jetzt das meiste übergelassen. Das macht aber nichts. Ähm, ich habe ja noch ein bisschen Boost. Und, ähm, naja, naja, das Dunkle haben wir ganz gut reingeholt. Ja, das waren jetzt fast 3, 4, 8, 98, ähm, 4, 4, 8, 98, 5, ja, fast 6.000. Das passt, das passt für mich absolut hier. Ähm, und wir haben hier schon mal, was haben wir denn eigentlich gekriegt? Eine Bilder-Potion. Eine Bilder-Potion haben wir nur bekommen. Warum? Habe ich hier irgendwas vergessen? Nein. Ich habe hier alle Events schon gemacht. Okay, die anderen beiden Sachen habe ich eben schon bekommen. Also ziehen wir die ruhig nochmal nach. Ich muss zwar noch eben meinem CK hier angreifen, ähm, aber wir haben noch 2 Stunden 24. Die nutze ich erstmal, um ein bisschen rumzubusteln hier. Ich hoffe, Save the King hier, oder Gott Save the King hat euch hier gefallen. Ist heute mal ein bisschen kürzer ausgefallen. Liegt einfach auch so ein bisschen an meinen kleinen zeitlichen Problemen immer wieder. Aber bleibt einfach an meinem Kanal dran. Lieben, lieben Dank und nochmal, ähm, ja, vielleicht in den Kommentaren. Hashtag Ehrenmann für den King. Er hat es sich ganz, ganz heftig verdient. Und bis dahin, euer Toto Clashed. Ich hoffe, das wird đến Vielen Dank.